Es war einmal die Mona Lisa. Wahr. Kaum hat der Impressionismus die Kunst revolutioniert, machen sich Van Gogh oder Seurat an die Abbildung der Wirklichkeit. Um die Jahrhundertwende tritt der Symbolismus auf den Plan. In den Bildern von Gauguin, der Literatur von Mallarmé oder Rilke, in der Musik von Debussy. 1905 setzen die Fowisten Matisse und de Flaming auf reine Farben, während in Deutschland der Expressionismus erblüht. In Dresden entsteht rund um Kirchner die Brücke. Kandinsky, Klee und Marc gründen 1911 den Blauen Reiter. Die grossen Revolutionen der Formen sind geprägt vom Zerlegen und Analysieren, wie in der atonalen Musik von Schönberg, Webern und Berg oder 1913 in Stravinskis Sacre du Printemps. In der Malerei führen Brax und Picassos Kubismus und Marinettis Futurismus geradewegs zur abstrakten Kunst von Malevich, Kandinsky, Picabia und den ersten Ready-Mades von Marcel Duchamp. Ihre Kunst ist allerdings eher elitär. Die Populärkultur entfaltet sich in den neuen Massenmedien. Die Helden der Fortsetzungsromane zeigen sich fortan auf der Kinoleinwand und die Malerei auf Werbeplakaten. Die Trä fate der crucialen Moment Die Kinoleinune